Das war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Aber wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoscheck und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Egal, was die Welt sagt, wir sind keine Wilden, wir töten keine Zivilisten, wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1,41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird. Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. So würde ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Scharfschützen in Präzision. Los, Ende in Part 15. Roger. Verstanden. Na, wo geht's denn hier lang? Ah, okay. Das ist wie so eine Berglandschaft. Ah, finde ich recht idyllisch hier. Was? Koffein. Achso, Koffein. Also, ich kann mich grad nicht bewegen. Achso. Ah, ne Landmine. Hättest du denn damit rechnen können? Okay. Hinterhalt. Ja, ja. Ja, ich hab's schon verstanden, Leute. Ne, ihr müsst euch nicht wiederholen. Wow. Wo kommen denn die Raketenwerfer? Achso, das sind unsere, glaub ich, oder? Keine Ahnung. Ich wusste es, als ich sterbe. Hab's mir irgendwie gedacht. Oh, nein. Eine Landmine. Oh, nein. Und jetzt läuft alles in Zeitlupe. Okay, ich nutz meinen Raketenwerfer. Na, komm's her. Da oben seid ihr. Oh, oh, oh. Runter. Lass mich hier nicht alleine. Oh, ich seh jetzt grad gar nichts. Hey. Seufz. Ja. Ja, mit der Ruhe. Ich seh jetzt grad gar nichts, ne. Hi. Oh, oh, oh. Lass mich in Ruhe. Ich muss da vorbei. Hm, Solarkraftwerke. Hallo. Hallöchen. Ihr hättet mich fast überfahren, Leute. Passt halt das auf. Ach, Schnauze. Hallöchen. Äh. Ich bin doch kein Fahrzeug. Was redet der da? Hallöchen. Hallo, ihr müsstet tot sein. Ich hab euch direkt erwischt. Hm. Schnauze. Ich bleib. Ich bin, wo ich will. Nein, ich bin doch nicht, wo ich will. Ihr, äh. Ich hör schon auf euch, ne. Oh, oh, oh. Ich versteck mich in dieses Haus. Das tue ich jetzt. So. Da ist jemand. Hallo, zeig dich. Hä? Ah, da bist du. Servus. Und hier ist noch einer. Okay. So, mal schauen, was im Haus ist. Sie sind nicht bereit zum Vorschuss. Natürlich bin ich bereit. Oh, der ist schon tot. Oh, legst du dich nur hin. Guten Abend. Guten Abend. Oder guten Tag. Wie auch immer. Ey, wo seid ihr? Oh. Äh. Hm. Hey, immer ruhig bleiben. Hallöchen? Hey, ich hab dich doch gar nicht erwischt. Der simuliert bloß. Hallöchen? Hey, dein Kollege simuliert. Sag mal, er soll weniger simulieren. Hat er es in der Schule auch gemacht. So, nehmen wir mal den unteren, äh, die untere Tür. Guten Tag. Ich suche hier den Weg zum, ähm, keine Ahnung. Ich glaub, die wissen nicht, wo keine Ahnung liegt, ne? Was war das denn jetzt? Hm. Aber schöne Landschaft, muss ich sagen. Du, hast mich beim Landschaft bewundern gestört. Und du auch. Das macht mich wütend. Ja, komm, zeig mir deine Beine. Hey, geh mir aus dem Weg, sackere Dingszwums. Hier. Ich will hier diesen Typen da erwischen. Ja, genau dich. Hab ich dich erwischt? So. Ich will nur sicher gehen. Gut, gehen wir mal wieder durch den Vordereingang. Guten Tag. Okay, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Hey. Okay, das kann man nicht als vorsichtig bezeichnen. Oh, was haben wir denn hier für eine Waffensammlung? Sieht ja geil aus. Ich glaub, ich nehm' mir die hier. Und mehr als sicher. Wo ist hier ein Munitionskasten? Ist das ein Munitionskasten? Nein. Hm, ein komischer Computer. Weiß mal kurz. Ich suche einen Munitionskasten. Die müssen doch hier irgendeinen haben. Hm, was sind das für Bilder? Okay, ich schau's mal auf die Bilder, sonst werde ich mir noch selber später beim Rändern sauer sein, weil ich so alles in die Länge ziehe. Oh, da lebt er noch. Hey, hey. Immer ruhig bleiben, Kollege. Oder soll ich Genosse sagen? So, mal schauen, was läuft im Fernsehen. Oh. Ich hab die falsche Tasse gedrückt, was so ist. Ah, die Fenster kann man auch kaputt machen. Ich muss mal kurz aufs Klo, Leute. Hey! Okay, jetzt noch Toilettenpapier. Wo ist Toilettenpapier? Hier. Hey! Okay. Hände abwaschen. Okay. Moment. Okay. So, wo geht's? Achso, hier geht's leiser. Okay. Und wie oft habe ich jetzt in der letzten Sekunde okay gesagt? Oh. Guten Tag. Ach, da seid ihr. Wieso steckt ihr euch da hinten? Ich dachte, nur dieser Kollege da wäre die Gefahr. Oberes Stockwerk gesichert. Verstanden. Oberstes Stockwerk sicher. Oh, was ist denn das? Sieht aus wie eine riesige Waffe. Oh, nicht mal kurz Pause. Okay, weiter geht's. Aufs Klo waren wir ja schon. Was ist denn das? Äh, ist das eine Sechspuppe? Oder? Was ist das? Was ist das? Egal. Ich will das gar nicht wissen. So. Ey, wo müssen wir jetzt lang? In den Keller, oder? Ah! Wo ist denn jetzt lang? Hallo? Weißt du, wo der Keller ist? Hm. Ist hier vielleicht zum Keller? Ah, die Ketchup-Soße zeigt, hier geht's zur Küche. Okay. Was ist das? Windows. Ach so. Wahrscheinlich muss ich erst raus und dann... Aha. Das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Ääh. Da sind ja noch Gegner. Sucht ihr denn hier. Ich dachte, ich hätte euch alle entsorgt. In die Entsorgungsanlage. Mit euch. Hä? Ich darf. Oh, der hat sogar eine Schrot. Mann, der hat eine Schrot. Das ist doch gleich der Schrot, Mann. Okay. Boah, da hat wohl jemand seine Waffensammlung hier öffentlich hingestellt. Die haben ja schon eine genommen. Ich glaube, ich tausche die mal. Nein, egal. Was soll's. Was ist das? Kitamp. Kitamp. Kack. Was? Da steht Kack. Oh mein Gott. Kack. Bo, Bo, 3 AB. Rp. 6 A. Erstmal noch ein bisschen limulieren, okay. Ich will die Marke haben. Obwohl ich nicht Draucher bin. So, was ist das? Hm. Guten Tag. Egal, der ist ja schon tot, aber egal. So. Hallo? Was? Wo bist du denn? Ach, da bist du. Keller gesichert. Verstanden. Keller sicher. Das ganze Haus ist sicher. So, bei mir sammeln. Ach ne, ich muss sie wieder hochlatschen. Roger. Gott. Das war's hier Ghost. Kein Zeichen von Makarov. Wiederhole. Kein Zeichen von Makarov. Captain Price. Irgendwas in Afghanistan. Vieles. Mindestens 50 Typen, aber kein Zeichen von Makarov. Vielleicht hatten wir falsche Informationen. Ich will auch so ein Handy haben. Verstanden. Ghost. Das sieht echt aus wie ein Ghost. Seine Einsatzberecht einsammeln. Namen, Kontakte, Orte, alle. Das ist schon dabei, Sir. Makarov kann irgendwo... Was ist denn da drin? So soll es sein. Das Evakuierungsdien... Copy, Papier. Okay. Was ist da drin? Papier. Okay. Oh, nee. Muss ich erst verteidigen, oder was? Sonderkommando, Price hier. Es sind weitere von Makarovs Männern eingetroffen. So, ich brauche Deckung. Ich schalte den Typen da drüben aus und höre sie mit seinem Funkgerät ab. Ghost. Oh, 49 Minuten. Es sind nur noch 85 Minuten. Also so lange drehe ich den Part jetzt nicht. Vier Minuten. Makarovs Leute werden alles versuchen, damit wir die Informationen nicht bekommen. Wir müssen die Dienung auf den Schwerer läuft. Ein paar Anwendungen schließen hier. Ach, Mensch. Nur weil der PC so Windows 95 ist, oder was? Was? Wo? Ich bestünde... Ich platziere mich einfach da drauf. Was soll's. Wenn es hoch geht, ist es mir egal. Äh. Hier noch eine. Ich platziere mich rund ums ganze Haus. Ey, wartet Leute. Ich muss auch platzieren. Okay, dann können wir kämpfen. Ach, sei leise. Ich platziere gerade ein paar. Gleimors. Oh, lasst mich rein, Leute. Ah, das sind schon die ersten hochgegangen. Hier noch doppelt der Wässer. Egal, jetzt pulver ich sie. Pulver ich sie sich einfach hier, was sollst. So, damit habe ich sie endlich los. Komm schon. Anwendungen schließen. Moment. Lass ein Techniker ran. So, äh. Steuerung. Beenden. Und, äh. Dann, äh. Alles schließen, bis auf diese Kopierdings da. Na ja, wo seid ihr denn? Hallo. Ah. Hä? Hä? Wie schmeiße ich eine Granate zurück? Das habe ich immer noch nicht. Karageraft. Gott. Hallo, Ghost. Warte mal kurz. Okay, jetzt kannst du weiterfeuern. Hallöchen. Skarakow. Oh, hi. Sie wollen mal Karov sprechen. Der ist gerade nicht zu Hause. Ah. Okay, ich sollte weniger rumalbern und mehr schießen. Ah. Okay, jetzt mache ich auf Ernst wieder. Immer wenn ich rumalbare, merke ich, ich spiele scheiße. Okay, verlasse ich mal das Haus. Es war riskant, aber was soll's. Oh, warte, ich bleibe hier doch drin. Oh, hi. Stalker. Schaut einfach durchs Fenster wie ein lästiger Creeper. Oh, was ist das? 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 Raketenwerfer nähert sich von Westen. Oh, kopier schneller, Windoffs 95. Ah. Wo kommt ihr denn jetzt her? Durch den Hintereingang. Ich glaube, das Level dauert noch lange. Hä? Ach da! Ich habe gar keinen Peil, wo die Schüsse herkamen. Ach da! Gott, ist das Level. Das Level ist nicht leicht. Ich schaffe das. Warum wurde er auch nicht an einem Tag erbaut? Wir setzen westlich vom Haus weiterer Druck. So, kommt her. Wir müssen ein Rothaus sein. Wechtfalker sichern! So. Gerade mal die Hälfte fertig. Was? 14 Megabyte pro Sekunde. Was ist denn das für eine Kopiergeschwindigkeit? Und wo kam der Schuss? Hat jemand einen Wallhack aktiviert? Irgendein Gegner? Von da hinten. Wartet's, Leute. Ich muss mal wieder in den ersten Stock hoch. Hallo! Wo geht's hier in den ersten Stock? Ich habe hier gar keine Orientierung. Oh, Granate! Hä? Habe ich es jetzt zurückgeschmissen? Ja, ich habe zum ersten Mal eine Granate zurückgeschmissen. Seit... Wie vielen Parts? Hm. Schneller! Das ist Windows 95. Schau dir an, Bill Gates, was du getan hast. Wow! Oh! Und ich schließe mich ihnen an. Fuck! Hamilton-Fisch! Hä? Da ist ja ein Sniper. Ich habe gerade einen Sniper-Schuss gehört. Wo geht's denn hier jetzt schon wieder in den ersten Stock? Hallo! Ach, hier geht's hoch. Okay, ich wechsle mal die Waffe. Hier mit einer schwerfälligen Waffe zu helfen ist ein bisschen ungünstig. Ist es genau richtig? Na, kommt's her! Ich habe keine Angst vor euch. Auch wenn ihr zu dem größten Land der Welt gehört, ist es mir egal. Na, kommt's her! Ach, guten Save. Genau das habe ich gebraucht jetzt. Ich glaube, ich nehme hier mal einen Sniper mit. Wo ist denn hier ein Sniper? Wartet! Leute, ich brauche einen Sniper! Einen unbewaffelten Mann anzugreifen, der gerade eine neue Waffe sucht. Das ist unfair. Ich kann bestimmt von hier. Ja, ganz klar. Boah, ganz schön viele. Da lohnt sich eine Granate. Oh, warte, hell. Ein bisschen rumsprayen. Ich bin ein Gangster. Ich spraye hier mein Gebiet. Äh! Zum wievielten Mal bin ich jetzt schon draufgegangen? Okay, okay. Gleich kommen sie von irgendwo. Und das irgendwo ist hier. Wartet's! 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 Leute, wartet's! Äh! So oft bin ich echt noch nie gestorben. Ach komm! Ich brauche jetzt Freddy hier, Mann. Freddy Wulong! So, hier ein paar Geschenkpakete wieder. Habe ich alle erwischt? Wie Gekko? Er meint wohl Echo. Ich habe leider keinen Kompass dabei. Ich weiß nicht, wo Osten ist. Tut mir leid. Hä? Da! Ach komm, Leute. Langsam langweilt mich das doch. Und Anonymous gibt hier auch seinen Saft ab. Darf ich euch mal die drei größten Naturkatastrophen des letzten Jahrhunderts benennen? Die erste ist der Erste Weltkrieg. Der Zweite ist der Zweite Weltkrieg. Und der Dritte ist... Wenn das 95! Wo kam die Granate jetzt her? Hallo? Ist hier jemand? Okay, Kriegspläne. Beta. Keine Ahnung. Das kann ich nicht lesen. Da steht Eta. Hä? Wer schießt denn da auf mich? Ich muss jetzt erst mal durchlesen. Hä? Ach, da. Stört mich nicht beim Lesen! Ich will hier in Ruhe lesen! Oh, das Kopieren ist ausfällig. Das waren 13 Sekunden noch. Egal. Wie viel sind es jetzt? Wieder vier Minuten. Gott! Kann man den PC nicht einfach mitnehmen? Oder ist das... Ja, das ist bestimmt ein normaler PC, ne? Ja, wenn das... Was ist denn das? Muss man das hier mitnehmen oder diesen PC? So, das ist wahrscheinlich das Kopiergerät, ne? Ach, guten Safe. Genau, das habe ich jetzt gebraucht. Hä? Ich erzähle gar nichts. Gleich sterbe ich wieder, wetten. Hey, Ghost. Das sagst du mir jetzt jetzt, nachdem ich down bin. Oh mein Gott. Hallo. Guten Tag. Ich habe leider keine Glamen aus mir. Tut mir leid. Alle verschwendet. Oh, so viele. Schnell, 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 schnell. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Okay, wo jetzt hin? Wo jetzt hin? Wo jetzt hin? Durch dieses Fett? Ich nehme den Hinterausgang. Wow. Hier geht's raus, hier geht's raus, hier geht's raus. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Lass mich durch. Hey, hey, hey. Sagt doch, dass der Feinde seid. Gott, Diamond. Gott, Diamond. Nein, lass mich in Ruhe. Wo geht's denn da? Das ist... Ich wusste es. Warum sterbe ich hier? Gott. Das wird der längste Part ever. Okay, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Nicht mehr so einen auf. Schon wieder bin ich verletzt. Was gibt's da? Ich will hier raus. Oh, hi, Gegner. Gott, ich wette, die Profis und die dieses Let's Plays jetzt anschauen, die haben jetzt schon längst ihre Hand auf den Kopf und machen einen Face-Pawl. Aber ich spiele das Spiel ja zum ersten Mal, ne? Okay. Okay. Schleich mich davon. Suchst ihr mich nicht? Oder bewacht ihr diesen PC wie solche Verrückten? Hä? Ich wette, ich bin jetzt noch als Einziger hier. Die anderen haben schon alle ins Gras gebissen. Ich bin alleine in Afghanistan oder wo auch immer. Und kämpfe gegen russische Truppen. Hä? Du warst es. Und du warst es auch. Böse Menschen, seid ihr? Sind hier überall verbreitet wie... Keine Ahnung, wie Ratten im... In der Kanalisation. Ich weiß, es ist ein schlechtes Beispiel, aber es ist so. Okay, jetzt renne ich wieder. Rennen! Lass mich durch! Ach, hier geht's lang. Ach, ein Save. Das habe ich jetzt gebraucht. Was? Ja, sie verfolgen mich. Oder uns. Hey, du lebst ja noch. Ja, ist ja auch ein Geist. Das ist der Geist vom Geist. Wow! Müssen wir uns da jetzt wieder durchkämpfen? Ja, ich schätze schon. Kommt her. Nach gutem wieder ins Safe. Scheiß drauf, ich renne jetzt einfach durch. Lass mich durch. Wow! Was? Ich habe rot drauf in den Bäumen gezündet. Angriff auf mein Zeichen. So. Hi. Jetzt habe ich auf einmal eine andere Waffe. Na, kommt's her. Komm's her. Ich mach euch platt. Ich mach euch sowas von platt. Leute, was ist das? Ach so, ein Heli. Ich dachte, es wäre irgend so ein... Viel Schutz. Egal. Ja, ich bin angeschlagen. Hilf mir mal ein bisschen. What the hell? Was hat der denn genommen? Hä? Hey, das ist meins. You took my Gerät. You took der Gerät. Gib der Gerät wieder her. Er hat der Gerät geklaut. Rache. Im nächsten Part. Aua. Aua. Hey, Ghost. Ja, Ghost kann eh jetzt sterben. Der ist eh schon ein Ghost. Oh, ich weiß, was wir vorhaben. Wir wollen uns verbrennen. Nein. Oh, du blöd. Tu es nicht. Nein, Johnny, tu das nicht. Nein. Du willst... Okay, war das jetzt alles, oder? Ich komme jetzt vor wie Randy Marsch in der South Park-Folge, wo er World of Walk-Off gespielt hat. Okay, bis zum nächsten Part. Du, der Herr Bauer. Ja, war das auch. 's. Bauer.